so wir sind jetzt nur noch 750 meter entfernt um uns sozusagen dem zip lining zu nähern wir sind doch schon ein bisschen nervös du bist so nervös dass du die einfahrt verpasst naja wer ist jetzt hier der nervöse also wir haben jetzt gerade die einfahrt verpasst aber der handy so professionell wie er ist hat jetzt auch den rückwärtsgang gefunden trotz aufregung nichts auf anlauf und es geht jetzt zum zip lining wir haben jetzt schon den turm gesehen aus der entfernung das ist scheiß hoch jetzt das hier doch mal hier doch hier war es sowie wir sind schon so nervös also er dass wir die zufahrt zum zip lining verpasst haben aber wir sind jetzt 450 meter nur noch entfernt die schneiden das spieler zusammen damit es ein bisschen flüssiger rüber kommt das ist so wie es ist es ist es ist authentisch da toro toro werde da siehst du den turm das sagt er jetzt aber er hat zuerst scheiße gesagt und jetzt gleich sehen wir auch zum ersten mal das zip line ich glaube das ist mir nicht hoch genug ich mache nicht mehr so wir müssen gleich mal gucken da ist das tor da müssen wir durch echt jetzt wo ist da der parkplatz da unten ist der parkplatz guck mal ob wir da runter kommen echt selbst der parkplatz ist total krass guck mal den jeep der steht da schon am abgrund ach du scheiße guck mal direkt da jetzt die hölle los vielleicht dahinten englisch in the area to down down there i have more parkings ok 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 okay guck habt ihr das gesehen so wir sind jetzt hier in toberde und ich drehe es mal ganz langsam da oben wird der spaß beginnen und zwar mit der zweitlängsten zipplein der welt 2,5 kilometer 150 km h spitzentempo stürzt sich jeder in richtung abgrund das wird ein spaß so wir besteigen jetzt den tower of terror man sieht auch mein gesichtsausdruck glaube ich vielleicht sieht man hinter mir den handy wir gehen jetzt doch zuerst auf das monster ich muss ehrlich sagen jetzt so ein bisschen etwas schlafen das hier Mumbai wenn du das machst dann starten seid ihr bereit habt ihr bereit habt wir haben viele gambler ja es ist ein Film für euch okay Olli check Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Viva Puerto Rico! No! Heee-ho! Oh, my God! Oh, my God! No! 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 I made it! I made it! I made it! The Monster Deadline I made it! I made it! I made it! I made it! Crazy! I made it! That was so cool! That was so cool! He did it! He was so cool! He is walking around the mountain He is getting used to it! He is getting used to it! Now that you get used to it! okay you're going to go to your hands open all the way open like that like a plane yeah and let's go let's go so 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 Das ist ein bisschen schwerer. Das war's für heute.